Zum Thema Pech, Pleiten und Pannen auf Messen haben Sie vielleicht Ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Ich auch. Meine größte Pleite war, auf der falschen Messe präsent zu sein. Habe ich hinterher gelernt, um Ihnen das zu ersparen und um noch weitere Tipps zu geben, wie Sie Messe professionell und erfolgreich durchführen und planen, bieten wir unsere Seminare dazu an, auch fürs Messe-Standpersonal-Training. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns besuchen. Vielen Dank! Vielen Dank!